Hallo Leute, es geht los, heute spielen wir mal Scheiße, wir spielen Ballbusters, okay, Select Body Shape, ähm... Alter, guck mal an! Ja, da gibt's so ne Troller, da gibt's ne China-Troller, da gibt's einen kleinen Jungen, da gibt's ein kleines Mädchen, ein etwas älteres Weib, dann gibt's hier, äh, den Hulk, dann gibt's noch Hulks einen dicken Bruder. Nein, der sieht doch aus nach mir, oder was? Weil der ist wieder zu dick und der ist ein bisschen zu durchtrainiert, ich nehm den durchtrainierten ganz rechts. Ich nehm den... Alter, wie laut der Sound ist, so, jetzt brauchen wir erstmal ne Friesen... Ich nehm den Typen ganz andere, auf der anderen Seite, was nehm ich von Pratze, Prats, Prats, Prats. Du kannst auch Django spielen. Accept Slugger, Firefighter, Rocker, Boxer Naja, ich bin Boxer Du bist Boxer Ich ja eigentlich auch Ich bin Boxer Richtig monströse Boxhandschuhe Start So, ich hoffe, wir können auch zusammenspielen irgendwie Wir wollen mal herausfinden, was passiert Ja, Junge, da stand cool Brawl Busters Alles klar Okay, Start Intro Play Alter, was ist das für eine scheiß Mucke, Alter What the fuck Yeah, warte mal kurz Ich will mal gucken, ob ich Hopches Ah, Grafik Grafik ist schon very high Aber immer hoch Aber der Sound ist so laut Ich will den Sound ändern, wie geht das? Kann man irgendwo den Sound nicht machen Warte Ich muss selbst gerade erst mal gucken Ah, da So Wo denn? Bei Volumen Master Links Okay, da soll ich rüberspringen Okay Spacebar Alter Das Spiel sieht jetzt schon total krank aus So Shift und W Shift und W ist Rennen Alles klar Scheint aber irgendwie nett zu sein Ah, hat er Attack Dann kann ich hier noch was Ah, richtig geiler Move Ah, finde ich ganz geil Du kannst mit der Maus Richtig geile Move Ist ja geilo Matrix, Alter Wir spielen übrigens beide den Bobserder mit Wie hier beide nicht was Falsches erzählen Ich habe ein Item Ich habe eine Bombe gekriegt Die kann ich mit E benutzen Ich will es wahrscheinlich Warte mal E Ah, das ist ein Move Oder was Sehr cool Wie kann ich die Bombe benutzen? E Okay, nice Ab in die Telefonzelle Evade your enemies Using Shift-A-S-D Destroy with raped Zombies Yeah, Zombies, bitch Yeah, Zombies slashen Richtig geil Also, also ich muss sagen Das Spiel Ich meine Ich spiele ja So gar nicht Wie die Play-Ticket Also Das scheint nett zu sein Das Spiel Ich meine Momentan Boste noch ein bisschen Alter, im Korb Wie das dann bockt Alter Alter Der ist fetter Zombie gerade Ja, den habe ich auch gerade Yeah E-drücken, weißt Aber weggepuncht, man Wenn der Punisher, bitch ist Alter, wir müssen mal Beide Maustasten halten Und den zu Loslassen Da macht er so'n Dreh-Punch, weißt du? Proofusat! So, ich weiß schon, ich seh's Ich mach's selber die ganze Zeit Ah! Joschklapp Improved your skills by playing this single-play mode Before you join multiplayer Nope So, äh, multiplayer, kann ich dich auch irgendwie einladen? Warte Friends oder so? Ah, da, äh, Friendlist Ready Wie heißt du? Get you all escaping zombies Wie heißt du? Hä? Ich will dich adden, wie heißt du in dem Spiel jetzt? Äh, wie geht das hier, auf multiplayer zu gehen? Ähm, bist du schon raus da? Äh, äh Wildiplayer Ja, aber unten hier, Friendlist, weißt? Ganz unten Kannst du Friends hinzufügen Ich schieße Groß B Warte B Ja Warte Weißt du nicht, wie du heißt hier oder was? Klein A Ja Klein B Ja Äh Und fünfmal Klein O Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja Dann Groß X, Groß D, also alles ohne Lehrtaste Ja, ja, add Sending Friend will curse to BABO XT Du bist online So, jetzt kriegen wir einfach mal ne Party Das geht gar nicht Ich kann keine Party machen Warum kann ich keine Party machen? Ja, ist egal, du kannst mir ja joinen, steht da Are you sure you want the multiplayer before you finish the new player? Create new room Wo, bei multiplayer? Na, soll ich mal machen? Ja Ich lade ich dann einfach mal ein, na? Manche haben einen Helmut Boxhandschuhe, der ist voll geil, Mann Ich hab dich eingeladen Warte mal, ich muss... Irgendwie häng ich hier, ich muss ein Channel selecten Will ich gar nicht Wie komm ich hier zurück? Ich komm nicht zurück, Mama Du musst einfach draufklicken Irgendwie Ja, ich komm da grad nicht rauf Ich muss jetzt hier auf den Channel gehen Und komm nicht zurück Ah, accept Sooo What observe? Random Wo bist denn du? Warte mal, ich geh nochmal raus Send mal nochmal Create new room, genau Da warst du gerade Accept Aber ich seh dich gar nicht hier Bei dem Bist du auch bei WookieEU01 drin, ne? Warte Ich geh mal raus, na? Ja, ich geh auch nochmal raus Warte mal, hier kannst du doch Also ich geh jetzt auf Multiplayer Klicke ich drauf Ja, und gehst gleich auf Create new room, oder was? WookieEU01 bin ich Genau, da bin ich auch Create new room Ja, mach das mal Versus Koop Zombie survival Ja Players to Ähm Create Ah ja, äh Zombie survival, das wird der sein Da bin ich bei Ich bin am Start So, ready! So Leute, jetzt kriegt ihr die totale Free to play action Und wie soll ich das jetzt, äh, wie kann ich Start Ah, es geht los Nein, 3, 2, 1,K Shiner Town Busters are trying to survive against continuous raid of zombie attacks Zombie raids get ready 3, 2, 1, 1 Let's go again Let's go again um aber schon die Mucke macht Bock Junge von den Schlägen die Erste die Sammacht 3 Titel ich sag mal ja ich meine man muss darauf kein Bock jetzt haben wir auf sowas nicht steht aber ich finde es ganz stimmig gemacht so ein bisschen Prozent es bockt richtig momentan und wir werden von Zombies gefickt gerade wo bist du? äh warte guck mal wo ich bin ah ich hab dich gerade hinter mir gesehen oh die Zombies werden größer oh ich hab ein Chamäleon gekriegt ah ich bin jetzt ein Chamäleon die sehen mich nicht yeah Zombie Slash ich bin auch Chamäleon naja das geht aber nur einmal glaub ich alter yeah Wave 1 haben wir gefickt so jetzt kommt die zweite Welle oder was? alter das das bockt grad richtig ey ah es hat was man kann sogar einen Doppelsprung machen ich bin Chamäleon scheiße das hab ich jetzt eingesetzt noch da kommt so ein riesen Zombie ich gebe gleich mal eine voll rein ich hab ne Kiste mit so nem nix drauf was macht die? was ist das für ein Scheiße? das hab ich bekommen alter hat er mich gefickt oder was? übrigens äh wie ihr gesehen habt oder falls ihr einfach vorgespielt habt spielen wir spielt man per Maus und weiter nichts und bisschen steuern alter ich krieg ja voll den Sack nehm ich hab so nen Glibber Balken gekriegt oh Gott ich hab ihn eingeglibert ist das nice oh mein Gott alter wieviel Life hast du noch? wo zeigst du es an? links oben ich hab 79,9 ich hab ganz schön auf den Sack gekriegt eben wie? wo? was? links da nehm dein Specials ah jetzt hab jetzt kriegt geht das live wieder hoch 180 ich hab ja ging jetzt grad auch wieder hoch 3 2 1 ich hab zwei Specials ja ich hab auch noch zwei ich hab Kiste und Telefon oder sind die leer? Waste 3 ey meine sind leer ey meine sind leer ich komm jetzt angespackt alter wie ich hier abgehe Junge Junge das sieht bloß so aus ab in die Kiste alle Mann Alter wie ich abgehe ey ich bin grad rein gespackt sorry soll ich dich mal schlagen? du kannst mich nicht treffen aha alter die Zombies hier können schießen wa? aber jetzt im Spiel ist keiner mit dir das find ich schade oh ich hab ein Telefon Telefonjoker oh 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 Spam alter in your face du hast mich geschlagen oh guck mal was ich bin bei 180 ich auch das ist wohl die höchste das ist wohl die höchste live anzeige 3-Levels gekriegt Zombie-Style Hier gibt es bestimmt auch ein Team-Deathmash Das wäre hammergeil, Alter So, nächste Welle Ich camper jetzt Alter, ich will ja mal Fallen wie die Frau Wenn du hier Frau als Boxer spielst, ist das ja ein bisschen sinnlos da Weil das kleine Kind Und du spielst jetzt denselben wie ich? Ja, den ganz rechts Am Anfang dieses Charakterauswahl Das sei, ob sie eine Piepshow ist Die da stand, die etwas ältere Frau So, die sich hingekrabscht hat Naja, äh Ab wann ist das Spiel? Ich hab keine Ahnung Komm her, Fetty Du kriegst auf den Sack, Alter Das ist noch so ein Nimm mal ab, Junge Scheiße, Alter Ich hab wieder ein Telefon Ah, da beamt er mich woanders hin Sehr nice Scheiße, Danger hab ich Ich bin hinter dir Ich fick die Atomenten Ach, hier gibt's ein Zeitlimit? Was, Raking Zombie? Yeah, haben wir geschafft, wa? Alter, ich hab nur noch 19 Ich hab 180, immer noch Das lädt sich aber nach Zeit eigentlich auf Ja, macht's ja Mit Glück Du musst mal hier zu den Bomben kommen Wenn einer kommt, einfach mal gegen so eine Bombe Und das tut hier nichts Aber die fallen erstmal um mich Ich bin ein Chamäleon Ihr seht mich gar nicht Alter, die Fetty sind auch schon wieder voll am Start, wa? Alter, hab ich grad auf den Sack gekriegt, ne? Alter Ich hab grad mal ein bisschen mitgemischt, ne? Ja, das ist sehr schön Gift! Ich hab die jetzt erstmal alle vergiftet Jetzt kriegen sie alle Kiste Wollen sie, ne? Dann kriegen sie Schleim Die kriegst du nur in einem bestimmten Radius rein Oh, hier brennt's Kiste am Start Ah, ich denk mal Wenn man hier jetzt Singleplayer Sachen freischaltet Man muss ja auch was freischalten können, denk ich mal Dann geht's bestimmt richtig gut ab Weil wenn du mit dem dicken Boxer machst Das, äh, wird bestimmt komisch, ne? Boah, Warning 47 nur noch Am Arsch! Danger, 33 5, 4, 3, 2, 1 Meine Energie lädt sich nicht auf Und mein Typ weint Ich war grad an dem Telefon Ah, da ist, da, da ist ne Hier gibt's ne Energiezelle Wie, wie, warum krieg ich hier kein Leben? Ich will Life haben Ich brauch Life Ich muss irgendwoher Life kriegen Ich hab mich getepäht, ne? Oh, ich hab wieder 80 Life Jetzt nur noch 65 Chameleon! Ging nicht! Oh Gott, 27 Alter, diese kleinen Viecher, die gehen auf die Eier, ey Oh, 5 Ich bin gleich down Ich muss hier weg Ich bin in Telefonzelle gegangen Aber meine lädt sich live nicht mehr auf Jetzt bin ich tot Ich bin down Kannst mich wiederbeleben, oder? Wie geht das hier? Ja Jetzt wirst du auch gefickt, ne? Ah, ne Choose your class Ja, Boxer Klar 4 Alter, ich bin wieder da Ich bin tot Wie bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist Er zeigt mir das nicht an Hindert ja Da, ja Du lebst wieder Aber da kommt ne Borde von Zombies Die mich einfach nur noch wegficken Hä? Wo bin ich denn hier? Ach, da hinten muss ich hin Lebst du noch? Ja Wir kriegen das noch hin Alter Wie aggressiv die Zombies auf einmal sind, ne? Vergiften das ganze Fall Boah, 10% live Du bist sau, ey Einer ist noch irgendwo Der hat mich gekillt Gibt's das, der letzte Zombie? Der hat mich gekillt Hilf mir Du musst auf diese Energiezelle draufholen Achso Ja, ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Aber wir haben's geschafft, ich sterbe immer noch Ich lieg hier bei dem Schild So, auf der Brücke Hol mich Komm her Final Wave Da gibt's ein Schild Man kann sich hier ein Schild holen Da kriegt man denn so Sowas hier Chameleon Bombe Zombe im Schild, Junge Alles geht abe Sack, Junge Sack, Junge Können wir hier grüchen Aber allesamt Ah, für'n Free2Play-Titel, ich sag' mal Kann man mal machen, ne? Nett, nett Boah, jetzt kommen die Cops hier, oder wat? Die klatschen mich weg Ey, das sind sogar die letzten zwei, wa? Haben wir echt alle Waves überstanden? Ach du Scheiße Die sind ganz schön mächtig Muss gegen die Zelle hauen, irgendwie Gegen diese Ja, hab ich Speed up kriegst du denn? Na Oh Gott, 12 Bin tot Ich bin tot Ja, und ich auch bleib Ich bin auch tot Nein, you fail Ah, sind wir verfailen Ups, F Ah, clear Ah, schön wat nicht, ne? Mhm Du warst sogar besser wie ich Nicht viel, aber du warst besser So, was können wir jetzt mit den Punkten machen? Kommt da jetzt noch was? Ah, hier läuft ne Zeit ab Ah, okay Haben wir jetzt Punkte gekriegt für irgendwas? Ja, wir haben RP Punkte Rock Tokens Gibt's hier und Buster Points Kann man damit was machen? Kann man sich aufrüsten? Das würde ich gerne mal wissen Ich geh mal auf Exit My Stats Store Ich geh mal in den Store Oh Mannes Gleck, es gibt einen Store Du musst mal rausgehen Da kannst du in den Store gehen Zum Beispiel Upgrades No Items No Items in this list Ach nee, Store Upgrades Okay, ich könnte mir ne Platinum Flame holen Die kostet 3200 Reicht aber nicht, weil ich nur 3000 Punkte habe Increase Weapon Damage Wo sehe ich mein Geld? Äh, das sind hier diese blauen Punkte links unten Diese 3000 BP BP, genau Ja, und RT sind die bestimmt, die du kaufen kannst Ja, Kostüm bringt mir eh nichts Dann kann man sich noch Accessoires Critical Chance Für 3 Tage Improve your skills Upgrades Increase Defense Rating Increase Weapon Damage Buy, buy, buy Ja, RT-Punkte Am Arsch Weapons Was kann ich mir für ne Waffe kaufen? Gar keine Da müssen wir wohl noch ne Runde knacken, wa? Vielleicht mal was anderes Es gibt ja noch andere Matches Irgendwo mal dazu Join Blue Box Obtain the key in Zombie Survival Normal Heart and Boss Battle Aha Obtain the key Äh, Mudecab Purple Box Brawl Buster Action Zombie Survival Äh, lädt's mich ein? Das war's voll Warte mal Multiplayer Brawl Buster Action Zombie Survival Ja, da sind ja bloß 6 Leute drin Zock mal Boss Battle Wo gibt's das denn? Coop, komm rein Zu mir Ich bin mit bei So, wieder Nur wir zwei Crazy Kill the Boss Crazy Cock Mal gucken Super strong Smooth and Speed So, ready? 3, 2, 1 Let's go again So, wo ist er denn? Der Bumble Jump Wow Alter Der holt hier einfach mal seine Ratzen vorbei Und geht hier voll frei, oder was? Ich wurde eingeglibbert Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden, der Typ, ne? Ist das schon mal aufgefallen? Nöööö Ich glaube, der Boss Battle ist noch ein bisschen zu früh Für uns Da müssen wir erst noch ein paar krassen Punkte machen, glaube ich Und wie der keinen Schaden kriegt, ich bin schon fast tot, ey Ich habe noch 180 Marsch Ich kriege auch kein Leben aus der Kiste in der Box, weißt Oh, ich habe Leben gekriegt Ich bin eingeglitcht worden Oh, ich habe ihn einen Schadenspunkt noch wieder abgezogen So ein krasser Typ bin ich Ich bin auf der Kiste im Keller Ich bin auf der Kiste im Hecht Ich bin abgeholt Und ich bin auf der Kiste im Hintergrund Vielen Dank.